Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. In der letzten Folge haben wir Bekanntschaft mit einem netten Gesellen gemacht. Haben den Säuretopf erhalten und jetzt gucke ich mal, dass ich hier den Weg rausfinde. Ich kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Kann es aufgelöst werden? Ja, kann es. Dafür haben wir... Schön. Reicht er noch den Behälter? Ja. Raffinerie. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, eröffneten sich die französischen Soldaten das Feuer. Auf die zwei zurückfallenden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Ich muss meine Laterne weniger benutzen. Es ist sicherlich dark in hier. Ja, und da gibt es eine gute Grund für das. Aber du kannst die Lampen jetzt, wenn du möchtest. Was ist die Grund für die Schmerzen, das ist? Bleib dran. Bezahe, nicht zu schmerzen. Was ist die Grund? Warum ist es so schmerzen? Bezahe dich, Dandle. Es ist wichtig, dass du weiterhörst und sicher nicht zu schmerzen. Was ist mir gerade passiert? Wieso soll ich mich ducken? Nein, ich will nicht. Ich will überhaupt nicht. Alter. Lkw draußen. Nicht hilfreich für die Stimmung. Das Ding läuft da jetzt rum, oder? Mein geistiger Zustand dürfte im Arsch sein. Nur leichte Kopfschmerzen. Joa. Ist gerade das Monstrum gesehen und nee, der geistige Zustand ist... Ich habe nur leichte Kopfschmerzen. War doch hier. Nein, ich bin nicht angespannt. Ich bin ganz locker. Ich bin Pikachu. Hier. Pika, pika, pika. Hallo? Alter. Zu angespannt. Hier ist nichts. dazu. Ich verwahr, ich kardiere mich jetzt hier drin. Es ist kalt. Es ist so kalt. Es ist kalt. Alter. In return's. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Ah. Setz dich nicht gesund an. Möchte ich mal anmerken. Lass mich warten. Ich muss dadurch. Ach Gott. Good morning, it's me. Alter, ich denke jedes Mal, dass das Ding hier drin ist. Ich trau der Tür nicht. Und dir trau ich erst recht nicht. Ich kann jetzt zunderbüchsen. Mein geistiger Zustand ist im Arsch, glaube ich. 22nd of June, 1839. Es ist mehr als ein Monat seit meiner letzte Entferung. Nach dem Event, in der Untergrund in Algerien, Professor Herbert insisted ich zurück. Er hat gesagt, dass er nicht wollte, dass ich die ganze Expedition verabschiede. Lass ich, dass ich für die Worte verabschiede genommen habe. An excessive Entscheidung, in retrospect. Aber ich bin glücklich, dass es so ist. Ich habe meine Journalen, in der Haffazard-Kollektion von Sachen, die ich zurückgebracht habe. Nach dem, in der Böden, 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 in der Böden. Ich versuchte ihn, aber konnte nicht. Die Böden nicht zusammenhängen. Als ob sie nicht von der Böden sind, sind die gleiche Objekt. Können Sie das alles? War es überhaupt noch ein Objekt? Boah, dieses Er ist wahrscheinlich Geistig wieder im Arsch Ja Körperlich ist er alles fit Ist ja nicht das Problem So kreischt da ein Kind Ist von der anderen Seite blockiert Okay Irgendwas sagt mir Diese Tür ist nicht gut für mich Diese Knochen, schön Hier schon mal Kann gut sein 35th June 1839 I feel the need To continue this journal Even though it was intended For my journey to Africa This must be something Very important I just know it I've taken it upon myself To piece the orb back together But it's been more difficult Than one might think The pieces are behaving strangely They seem to change colour, shape and texture But ever so slightly Yesterday I took careful measurements And notated any significant markings Today I confirmed my suspicions They were changing I was terrified And rushed off to see the finest geologist in London Sir William Smith I approached the subject With care And we discussed How rocks change form He told me About the nature of glass How it eventually Collapses on itself Like ice Slowly melting Over the course of centuries Smith It's my mind A bit But I can't escape the feeling That these shards Have otherworldly properties Okay Okay Schon interessant Die Geschichte Mit der Kugel Wir haben gerade gehört Dass hier in der Nähe Ein Freund Auf uns wartet Ich bin mir aber Hundertprozentig sicher Ich will den Freund Nicht sehen Ich höre da doch was Ah hier kann man durch Was 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 Weil das Licht jetzt anging oder was Ja schön Freu dich Du hast Licht Ah hier gibt's auch Öl Schön Also verschlossene Tür Die lass ich erstmal verschlossen Ja toll Man hat das Ding hier die ganze Zeit rum Jaulen Das kann man nicht mit Hand aufmachen Da muss ich wohl das Ding hier In Kraft setzen Da muss ich kurz niesen Was blockiert dich Ah da oben Da Mhm Schön Aber was ist hier hinter Da könnte theoretisch Das Monster kommen Also lass ich hier mal zu Hier geht er dann weiter Ähm jo Ach muss ich noch weiter Aufdrehen oder was Vielleicht muss da rein Crouchen Toll Verklebe den Eingang Das ist immer schön Ich hab manchmal das Gefühl Wir schaffen nicht so viel In einer Folge Aber es stresst mich total Ein Horrorspiel zu spielen Wirklich Ich hab ja Verständnis dafür In der nächsten Folge Schauen wir uns dann mal Die Kellerarchive an Bis dahin Tschüss Tschüss Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann boys